War auch geil, ich war jetzt die letzte halbe Stunde wohl alleine auf der Line, sprich ich hab alleine telefoniert, hab das aber erst gelesen, wo es eh schon Feierabend war, kam nämlich die Nachricht, oh sorry Lukas, ich muss dir sagen, du bist jetzt allein. Cool, wo sind die anderen 60 Leute? Oh, die sind alle krank. Ah ja, die ganze Firma wieder Arschfick gehabt und mich nicht eingeladen.